Nach der ersten Nacht jetzt im Hotel in Ponte Delgada kommen wir doch über einen kleinen Umweg relativ früh hier bei unserem Ausgangspunkt zur ersten Wanderung an. Und das, wovon Annett schon Monate geschwärmt hat, ist dann auch gleich hier in voller Blüte zu sehen. Gut, die ersten verblühten schon, aber doch haben wir doch ganz prächtige Hortensien schon gefunden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.